Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 und in ganz feine Streifchen schneiden. Auch im Bund Schneidlauch. Fein schneiden und mit allem anderen unter das Schinkenpüree mischen. Und dann ca. eine halbe Stunde im Kühlschrank ansülzen lassen. Jetzt geschlagenen Rahmen vorsichtig unter die Masse ziehen. In eine Form abfüllen und im Kühlschrank ein paar Stunden fest werden lassen. Am besten über die Nacht. Wenn es soweit ist, muss das stürzen, in die Traschen schneiden und mit Toastbrot auf Solarbrettern anrichten. Das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Es ist nicht schlecht, es ist empfehlenswert, ich will es ausprobieren. Besten Dank Armin und Philipp. Gern geschehen. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer hier im Studio. Die Frage hat gelautet, wie viele Bau- und Hobby-Märkte gibt es in der ganzen Schweiz? 35, 54 oder 63 Verkaufsstellen. Die richtige Antwort herausgefunden. Nämlich 54 Verkaufsstellen und damit zwei Tageskarten an die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tafela. Gewonnen hat Margrit Matis. Ich möchte mich bei allen für das Mitmachen bedanken. Ganz besonders natürlich bei dir, Philipp, mit dem Strauss ich auch für den Blumenabteil. Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch Sie können heute wieder mitmachen bei dem neuen Expo 02 Spiel in der Coop-Zeitung, ermöglicht von folgenden Sponsoren. Swiss Cheese Provençal zum Grillieren. Das war es für heute. In einer Woche gibt es allerhand Wissenswertes über die Supercard. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen.